Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Neuankündigung von Sony und zwar geht es um die Sony A7 III. Schon wenige Stunden vor der CP Plus in Yokohama, Japan hat Sony die Bombe platzen lassen und jetzt die dritte Generation der Einsteiger Vollformat Kamera ohne Spiegel präsentiert. Nun war auch Zeit, denn dreieinhalb Jahre sind inzwischen vergangen zwischen hier der Sony A7 II und jetzt der neueren Kamera. Ja, viele haben darauf gewartet und ist die Frage, ob sich der Kauf vielleicht lohnt oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich konnte mir jetzt erstmal nur das Datenblatt anschauen und muss sagen, das hat mich schon wirklich sehr begeistert. Das ist das, was ich mir als Nachfolger dieser Kamera wirklich gewünscht habe. 4K, das war wirklich fällig, denn diese Kamera ist, wann war das? 2015? Anfang 2015 ist sie rausgekommen. Kurz danach hat Sony dann mit Kameras mit einem APS-C Sensor wie die Sony Alpha 6300 und kurz danach sogar die Sony Alpha 6500 gezeigt, dass man auch mit APS-C Kameras sehr schön fotografieren und filmen kann und der ISO-Bereich sogar genauso gut ist wie hier mit einer Vollformat Kamera. Das war schon fast ein bisschen kleines Eigentor, aber jetzt soll die Sony Alpha 7 R III das natürlich alles wieder gerade richten. Im April soll sie ungefähr rauskommen. Mein kleiner Kanal ist leider so, dass ich die aktuellsten Sachen nicht gleich zum Testen und zum Präsentieren zuschicken kann. Ich muss also warten, bis es diese Kamera hier auf dem deutschen Markt wirklich gibt. Wahrscheinlich werde ich auch noch nicht gleich am Anfang dazu kommen. Schließlich haben wir noch die Fotokina im September. Da werde ich auf jeden Fall viele Stunden am Stand von Sony verbringen und die Kamera mir mal richtig vornehmen und gucken, wie gut sie ihren Job dann wirklich macht. Nun, ein Preis von 2300 Euro ist schon eine Hausnummer, denn diese Kamera kostet mal eben locker 1000 Euro weniger. Und wenn man nochmal 200 oder 300 Euro draufpackt, bekommt man inzwischen schon die Sony Alpha 7 R Mark II, diesen Pixelriese von Sony. Ob das jetzt schlau ist mit der Preisgestaltung, also ich würde mal sagen, nochmal 300 Euro weniger, 1999 Euro in Deutschland und dann würden die Leute auch dahin greifen. Nun, trotzdem, Sony macht mit den Vollformat Kameras ja verfolgt vier Linien. Einmal hier diese 7er Reihe, die ganz normale, das ist das Perfekte oder soll den Einstieg in das Vollformat erleichtern, weil der Preis ja auch relativ günstig ist. Ich glaube, die Sony Alpha 7, die allererste, liegt inzwischen bei 800 Euro. Das ist für eine Vollformat Kamera wirklich nichts. So, dann sagte sich Sony, wir wollen richtig scharfe Auflösung haben, gehen wir in die Richtung R, also Sony Alpha 7 R II oder jetzt auch die 7 III, ist inzwischen auf den Markt gekommen. 42 Megapixel, das ist ja der Hammer, was da an Schärfe rauskommt. Also wer das unbedingt braucht, ja, der wird damit natürlich bedient. Dann natürlich die ganzen Filmer unter euch, die Vlogger, die sagen, Mensch, ich brauche Lowlight Aufnahmen. Mir kommt es gar nicht auf diese riesen Pixelanzahl an. 12 Millionen Pixel oder 20 Millionen, weiß ich jetzt gar nicht im Kopf, haben diese Sonys Alpha S, ja. Und das ist schon wirklich erstaunlich, was da rauskommt. Aber wie gesagt, ist ja auch wieder nicht für alles zu gebrauchen. Die 7er Reihe richtet sich eher an so einen kleinen globalen Bereich der Fotografie. Und für die Profi-Fotografen war eigentlich gedacht die Sony Alpha A9. Eine wirklich spitzen Kamera, aber zu einem unmenschlichen Preis, ja. Hier haben wir jetzt viele Sachen aus der A9 auch drin. Die Fokusfelder, zum Beispiel über 600 Fokusfelder, Phasen-Fokusfelder, dann noch Kontrastfelder 400. Die Sony Alpha 7 III, also schon nicht hier, das ist ja die 2er. Aber die Sony Alpha 7 III, die verspricht schon richtig schnellen Fokus. Und was noch das Gute ist, 10 Bilder in der Sekunde, was ich jetzt gerade so gesehen habe, was im Netz so rumgeistert. 10 Bilder in der Sekunde ist schon wirklich der Hammer. Das kann man natürlich auch gut benutzen, wenn man jetzt Profi-Fotografis und Hochzeiten, Events, sowas in der Richtung macht. Damit hat sich vielleicht Sony, ja, eine kleine eigene günstige Konkurrenz zu A9 geschaffen. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was alles noch dabei ist. 4K macht die, wie schon gesagt, die 7A III auch. Das war auch fällig, denn irgendwo soll sich diese Kamera im Vollformat ja auch hier von dieser hier ein bisschen, sag ich mal, abspalten. Und da gehört 4K heute zum guten Ton in der Videobearbeitung oder im Videodreh natürlich dazu. Ja, wie gesagt, ich bin wirklich gespannt, was mit der Kamera so passiert. Ob der Preis vielleicht doch noch ein bisschen sinkt, bevor sie denn hier ankommt. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Und ob ich jetzt definitiv wechseln würde von der Sony A2 zur A3, kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Also, wie gesagt, ich bin gespannt auf die nächste Fotomesse in Köln, Fotokina im September. Oder vielleicht ist ein Freund von mir auch wieder ganz schnell am Start, kauft sich die Kamera, hat sich wahrscheinlich schon wieder eine bestellt. Und dann kriege ich sie noch früher in die Hände. Sobald ich sie dann habe, werde ich natürlich euch berichten und werde sie auch für euch testen. In diesem Sinne würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder auch eine schöne Woche. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.